Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hausbottipps. Heute habe ich sechs Tipps für euch, die basieren auf einer Grundrissshow. Ein sehr, sehr spannendes Haus, das schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Und dann habe ich, wie gesagt, noch sechs Tipps für diese Planung, beziehungsweise wie es dann in der Umsetzung gut laufen kann. Wir starten mal die Show. So ja, wir haben heute einen neuen Grundriss von dir dabei. Und ich bin schon gespannt, um was es geht. Und ja, du kannst uns ja mal einen kleinen Überblick geben. Einige von euch kennen mich schon, ich bin der Michael. Und ich habe eine Planung dabei, die habe ich gemacht für Leute in Stuttgart. Die waren Hauseigentümer oder sind noch Hauseigentümer. Wir haben ein altes, fast baufähiges Haus, kleines Siedlungshaus, was tatsächlich kein, also was man wirklich nicht sanieren kann und ist einfach zu schlecht gebaut. Ich glaube, das ist eine Situation, die wir in nächster Zeit sehr, sehr häufig haben werden. Und ich sehe es auch schon immer mehr. Also es gibt immer mehr Anfragen von Leuten, die sagen, ich habe jetzt hier ein kleines Haus auf einem guten Grundstück. Das werde ich abreißen, weil die Sanierung wäre einfach deutlich zu teuer und ist auch von der Bausubstanz her gar nicht machbar. Und ich kriege da auch gar nicht dann das unter, was ich da eigentlich haben will. Und wie gesagt, wenn die Kosten für die Sanierung genauso hoch sind wie für den Neubau und dann kriege ich aber das, was ich will, plus neue Bausubstanz, deutlich bessere Energieeffizienz etc., warum sollte man es dann nicht machen? Und das ist trotzdem nochmal eine ganz andere Herausforderung, weil man dann mit einem Abriss, mit einer Baulücke, mit ein bisschen erschwerten Bedingungen einfach zu tun hat, auch von der Bebauung her, also von dem, was ich da bauen darf. Ist ja nicht ganz klar, weil vielleicht der Bebauungsplan auch schon sehr alt ist. Und deswegen ist das eine super interessante Sache, die für ganz viele in Zukunft eine Rolle spielen kann. Tut mir leid, wenn man Bauten abreißen muss, aber in dem Fall hätte ich auch zu nichts anderem geraten. Wollen wir bauen, haben aber ein sehr begrenztes Baufenster. Das ist eine Siedlung aus den 1930er Jahren und da sind die Häuser einfach sehr, sehr klein und so soll es auch bleiben. Es sind aber schon zwei Geschosse und wir haben ein Baufenster von 8x10 Meter. So, jetzt müssen wir gucken am wirklich sehr schönen, langgezogenen Grundstück. Jetzt müssen wir schauen, wie wir das da irgendwie rein kriegen, wie wir noch ein Carport organisiert kriegen, wie wir diese große Freifläche Richtung Straße, die überbleibt, was wir mit der anfangen, wie wir mit der umgehen, ob wir die nutzen können und das einfach nur irgendeine Kieswüste wird, wie auch immer. Da können wir gerne mal einsteigen. Genau, also wirklich spannende Grundsituationen, schmales, enges Grundstück, Baulücke, wie gesagt, ja, schwierig. Und ein kleines Haus wird es und das finde ich mega spannend und jetzt steigen wir hier mal in die Planung ein. Ich spüre mal ein bisschen vor. So. Die Terrasse nach Süden? Genau. Also im Norden und Nordosten haben wir die Straße. Das ist einfach eine ältere Straße. Nichts Besonderes. Typischer Siedlungscharakter. Sehr eng bebaut. Man sieht schon die Grundstücksbreite. Also das Haus hat jetzt acht Meter. Im Nordosten haben wir die Straße. Wir sind jetzt. Ja, jetzt sind wir drin. Erdgeschoss. Ausrichtung haben wir auch den Eingang haben wir nach Norden gerichtet und sonst die Terrasse nach Süden. Genau. Also im Norden und Nordosten haben wir die Straße. Das ist einfach eine ältere Straße. Nichts Besonderes. Typischer Siedlungscharakter. Sehr eng bebaut. Man sieht schon die Grundstücksbreite. Also das Haus hat jetzt acht Meter. Die Grundstücksbreite ist schon wirklich knirrt. Hier haben wir jetzt den ersten Tipp für euch. Wenn ihr hier einen Abriss habt, allgemein, egal, Abriss ist immer ein Thema, wo ihr wirklich darauf aufpassen müsst, weil der Abriss von verschiedenen Faktoren abhängt. Einmal davon, was das für eine Bausubstanz ist, also ob da irgendwelche Schadstoffe, Asbest etc. drin ist. Und natürlich auch, und das ist jetzt speziell hier so, bei engen Grundstücken und einer engen Bebauung ist der Abriss natürlich immer nochmal ein bisschen komplizierter, weil die Firma natürlich aufpassen muss, dass sie links und rechts nicht viel kaputt macht. Das heißt, holt euch hier wirklich Kostenvoranschläge auch wieder von verschiedenen Abrissfirmen ein und dann könnt ihr da auch wieder schauen, wer für dieses Projekt dann das beste Angebot macht und das halt wirklich gut umsetzen kann. Und da solltet ihr so zwischen 30.000 und 40.000 Euro, wie gesagt, je nach Größe des Hauses, je nach Schadstoffen, die drin sind und so weiter, also je komplizierter der Abriss wird, desto teurer wird es halt auch. Und das solltet ihr hier auf jeden Fall mit einplanen, dass gerade bei so einer engen Bebauung das Material dann auch zügig weg muss und nicht noch liegen bleiben kann, bis man dann schon wieder was Neues anfängt, weil halt einfach der Platz dafür nicht da ist. Und da kommen wir dann auch schon zu Tipp Nummer 2, nämlich auch wieder die Enge der Baulücke oder die Schmäle des Grundstücks sozusagen, Wörter sind schwierig, dadurch, dass es so wenig Platz auf dem Grundstück ist, habt ihr natürlich auch im Vorfeld am besten zu klären, wo kann ein Kran stehen, wo habt ihr Lagerflächen für Baumaterial, kommen da die Lkw auch so hin, wie ihr es braucht für das Projekt und ist auch völlig unabhängig davon, ob ihr da ein Fertighaus hinsetzt oder ein Steinhaus, ein Kran und Lkw und Material brauchen beide, also das braucht ihr in beiden Bauweisen, deswegen sollte das wirklich vorab geklärt werden und deswegen ist es auch bei solchen Baulücken noch deutlich wichtiger, dass der Verkäufer, die Baufirma mal mit euch schon ans Grundstück kommt für die Planung und für, nicht für die Planung, die könnt ihr ja mit einem Architekten machen, aber für die Umsetzung, das geht gar nicht um die Planung, sondern es geht um die Umsetzbarkeit des Projektes, dass die halt schon richtig kalkulieren können, was für einen Kran brauche ich denn da, brauche ich da kleinere Lkw als üblich, wo habe ich Lagerflächen etc. Und dann kann man vielleicht auch mit anderen noch klären, dass man vom Nachbarn noch eine gewisse Grundstücksfläche mitnutzen kann für die Lagerung, für die gewisse Zeit, das sind alles Dinge, die man im Vorfeld klären sollte, weil wenn ihr das erst macht, wenn es zur Baustelle kommt, dann ist es halt zu spät und dann habt ihr da wieder Probleme und vielleicht sogar Verzögerungen drin, die das ganze Projekt dann sehr teuer machen, weil er dann vielleicht aus einer Festpreisbindung fällt, weil er weiter Bereitstellungszinsen bezahlt, weil er ja Miete, irgendwo müsste er jetzt zur Zwischenmiete dann wohnen etc. Also das sind alles Dinge, wenn man sie vorher klärt, dann kann es gut funktionieren und ist gerade bei solchen Baulicken einfach super wichtig, dass ihr schon mal mit der Baufirma, mit dem Verkäufer von der Baufirma aufs Grundstück kommt, damit da klar geregelt werden kann und kalkuliert werden kann, was denn an Zusatzmaßnahmen notwendig ist. In einem Neubaugebiet ist das jetzt nicht so super spannend, klar da kann es auch mal ein bisschen enger sein, aber in der Regel hat man da einfach deutlich mehr Platz und Fläche, weil diese Gebiete sind ja genau darauf ausgelegt, dass man eben da bauen kann und das ist bei einer Lücke einfach immer ein bisschen anders. Also deswegen Tipp Nummer zwei, klärt das vorher ab und geht mit der Baufirma aufs Grundstück. Links zweieinhalb Meter, rechts zwei Meter oder 320, also da geht es wirklich sehr, sehr knapp zu. Ich fand eigentlich diese Ausrichtung zur Straße hin oder dieser viele Platz, der da so überbleibt, den fand ich eigentlich fast zu schade. Ihr könnt euch ja damit die. Die Hauswand, also diesen Zugang in den Keller, können wir eigentlich fast alles abführen. Wir spulen nochmal ein bisschen vor. Ihr könnt euch ja die gesamte Tour dann anschauen. Ich möchte euch nur nochmal auf ein paar Punkte hinweisen. Wir schauen uns jetzt nämlich mal den Schnitt an, weil dieses Haus lebt natürlich auch ganz klar davon, dass es einen Keller gibt, weil sonst wäre es einfach auf dieser kleinen Grundfläche super schwierig, noch einen Technikraum im Erdgeschoss zum Beispiel unterzubringen. Was wir jetzt hier aber sehen und das finde ich auch eine super interessante Geschichte, ist ein asymmetrisches Satteldach. Und ein asymmetrisches Satteldach ist hier nämlich der dritte Tipp. Ist super spannend, weil ihr gewisse Möglichkeiten habt, hier auf der einen Seite das Dach steiler zu machen und auf der anderen Seite ja dann eine flachere Dachneigung zu haben. Und das kann jetzt gerade für ein Bauamt ein guter Kompromiss sein, wenn ihr sonst einfach mit der Firsthöhe zu hoch kommen würdet, wenn ihr beide Seiten sehr steil macht. Natürlich hätte man dann noch ein bisschen mehr Wohnraum, weil je steiler die Dachneigung ist bei einem niedrigen Kniestock, desto mehr Möglichkeit habt ihr den Raum besser. zu nutzen. Und das kann gerade dann für Räume wie zum Beispiel für ein Bad oder ein Schlafzimmer, wo ihr einen großen Schrank stellen wollt, wichtiger sein als jetzt zum Beispiel für ein Arbeitszimmer oder dann vielleicht für ein Kinderzimmer, wenn ihr da eine etwas flachere oder ein flacheres Dach habt. Das heißt, hier kann es ein guter Planungskompromiss sein, das Haus genehmigt zu bekommen und trotzdem die Möglichkeit zu haben, in manchen Räumen diese höhere, diese steilere Dachneigung zu haben, um den Raum besser nutzen zu können und in anderen Räumen dann eben nicht. Und das ist wirklich so ein sehr, sehr spannendes Planungstool, was nicht nur dann zum Grundstück passt, sondern eben auch, dass es überhaupt genehmigungsfähig ist. Also könnte eine so Idee sein und deswegen finde ich es auch immer super spannend, mit einem Architekten zu planen, die genau solche Ideen eben mit reinbringen können, die dann wirklich auch funktionieren. So, und jetzt sehen wir hier noch eine Sache, die auch sehr spannend ist, nämlich es ist hier first hoch offen. Das bedeutet, wir haben keine Zwischendecke mehr eingezogen über dem Kniestock oder unterm Dach sozusagen, sodass so ein Spitzboden entsteht, sondern es ist wirklich bis zum First Offen und deswegen nennt man es First Hoch Offen. Hier ist aber ganz wichtig, und das ist Tipp Nummer 4, dass ihr hier auf eine wirklich gute Dachdämmung achtet. Weil wenn ihr jetzt hier noch einen Spitzboden mit nochmal einer gedämmten Geschossdecke drin hättet, dann ist natürlich die Dachdämmung weniger relevant. Wenn jetzt hier first hoch offen ist, dann staut sich natürlich einmal die Hitze hier unter dem Dach, weil Wärme steigt immer nach oben. Das heißt, einmal wäre hier schon sinnvoll, ein Dachfenster anzubringen, weil dann könnt ihr auch an warmen Sommertagen die Hitze schon wieder ablüften. Vor allem, wenn ihr das Dachfenster im Flur auf die Nordseite platziert, weil da ist ja immer ein bisschen kühler, da kommt keine Sonneneinstrahlung hin und dann könnt ihr da schon mal ablüften und die Wärme, die Hitze, die sich unterm Dach staut, rausbekommen aus dem Haus. Und das zweite ist dann eben eine gute Dachdämmung, also zum Beispiel eine Holzfaserdämmung, eine Holzspänedämmung, eine Zellulosedämmung oder dann eben auch eine Mineralwolle, aber in einer gewissen Dicke. Die muss halt einfach ein bisschen dicker gemacht werden, weil sie weniger Masse hat und weniger Wärmespeicherkapazität als jetzt eine Holzfaserdämmung zum Beispiel. Also hier ist es sehr, sehr wichtig, auf die Dachdämmung zu achten. Also schaut da dann wirklich nochmal hin, wenn ihr Angebote vergleicht, wo die denn wirklich besser ist. Immer wenn ihr Fürsthochoffen bauen wollt, dann macht es Sinn, mehr auf die Dachdämmung zu schauen, weil die wird da einfach wichtiger. Sonst heizen sich die Räume halt enorm auf und ihr habt es wirklich ungemütlich dann hier. Und wie gesagt, mit einem Dachfenster könnt ihr da auch noch hinzufügen, dass es im Sommer wirklich angenehmer bleibt. So, jetzt kommt Tipp Nummer 5 und der hat mit dem Keller hier an der Stelle zu tun und dazu schauen wir uns einfach kurz an, worum es geht. Es ist wahrscheinlich so besser gelöst. Genau, im Erdgeschoss einfach normale Raumhöhe wahrscheinlich. Erdgeschoss auch normale Raumhöhe, genau. Und im Untergeschoss wird man ein bisschen niedriger, weil man einfach auch hier die wisslose Erdhub wegfahren und so weiter, da wollen wir ein bisschen schonend damit umgehen. Das reicht aber trotzdem. Also man kann in einem ausgebauten Raum von 2,30 bis 3,30 bis 3,30 bis 3 kann gut leben. Und hier? Genau. Mega Tipp, einfach den Keller nicht unbedingt auf 2,50, 2,60 Raumhöhe. Auch wenn man vielleicht da ein Büro reinmacht, dann sind auch 2,30 können vollkommen in Ordnung sein. Und das darf man nicht unterschätzen, dass man hier einfach deutlich weniger Erd aushubt. Natürlich ist einmal der Keller günstiger. Das macht aber nicht so viel aus. Das sind vielleicht 3.000 bis 4.000 Euro, die so eine Kellererhöhung kosten, dass man den Keller dann auf Rohbaumaß 2,80 oder sowas macht. Da gehört dann die Kellerdecke schon dazu. Dann habt ihr so 2,50, 2,55 an wirklicher Raumhöhe im Keller. Wenn man jetzt hier auf 2,30 fertige Raumhöhe geht, also einfach ein bisschen weniger, dann spart man sich schon mal am Keller etwas und eben auch weniger Erd aushub. Und das kann je nach Region, je nach Beschaffenheit der Erde schon wirklich einiges ausmachen. Also hier wirklich dran zu denken und wirklich im Zentimeterbereich zu denken, weil es ist ja wieder sehr leicht zu sagen, ach, die paar Zentimeter mehr, dann habe ich lieber die höhere Raumhöhe und an Kosten macht es sowieso nicht so viel aus. Aber gerade in den Zeiten, wo man vielleicht wirklich auf den letzten Euro schauen muss beim Budget, da kann das ein paar Tausend Euro ausmachen, den Keller einfach niedriger zu machen. Ja, dann habt ihr einmal beim Keller 3.000 bis 4.000 Euro gespart, weil er niedriger ist und beim Erdaushub habt ihr vielleicht auch nochmal 4.000 oder 5.000 Euro inklusive Deponiegebühren etc. gespart. Also dann fast 10.000 Euro am Ende, die der Keller einfach günstiger wird und ihr trotzdem den Raum nutzen könnt. Also deswegen ist das eine super wichtige Geschichte und finde ich hier einen ganz klasse Tipp, so mal drüber nachgedacht zu haben, wie kann ich denn den Raum trotzdem nutzen, aber die Kosten dabei wirklich optimieren. Also das ist wirklich mal smart nachgedacht. Das finde ich auch mega, einfach wirklich das Gelände mit genutzt und den Keller so platziert, dass man hier auch noch ein schönes Fenster hat, weil ihr seht ja hier ist so eine gewisse Hanglage dann runter oder so ein leichtes Gefälle am Grundstück und das schön mit ausgenutzt, dass man da dann eine gute Belichtung für diesen einen Raum im Keller hat, den man dann wirklich auch noch als ein kleines Büro oder sowas nutzen kann. So und dann schauen wir uns noch die Ansichten an. Dann sieht man jetzt in der Seitenansicht, da sieht man auch die Luftwärmepumpe. Hier? Genau, die würde ich vor zur Straße stellen, da tut es keinem weh. Noch kurz der kleine Tipp, wenn ihr das Außengerät von der Wärmepumpe ein bisschen weiter wegstellt, dann schaut auch immer in den Angeboten, wie viel Meter Zuleitung inklusive sind. Teilweise sind es bis zu 10 Meter, bei manchen Anbietern sind es aber auch nur zwei oder so. Das heißt, das Außengerät muss direkt an der Ecke des Hauswirtschaftsraums oder an der Wand des Hauswirtschaftsraums, Haustechnikraums angeschlossen werden. Also schaut da in die Angebote, in die Baubeschreibung, wo darf dieses Gerät stehen, wie viel Meter Zuleitung sind drin, sonst habt ihr hinterher wieder das Ding, dass es teurer wird und ihr damit nicht gerechnet habt. Aber das ist nur ein kleiner Tipp am Rande. Der große Tipp, der kommt jetzt und der hat nämlich mit dem Dach nochmal zu tun. Ihr seht hier, dass kein Dachüberstand geplant ist, so wie das heute häufig gemacht wird. Das empfinden viele als etwas moderner, sieht schöner aus als so ein breiter Dachüberstand. Geht mir jetzt zwar nicht so, ich finde eher breite Dachüberstände schöner, aber es ist gerade so ein bisschen der Trend, dass es da hingeht. Und jetzt ist nur eine Sache sehr, sehr wichtig. Wenn ihr ohne Dachüberstand baut, dann muss der Putz umso hochwertiger sein. Also hier jetzt einen Kunstharzputz drauf zu machen etc., das wird sehr, sehr schwierig und der ist auch nicht sehr langlebig. Genauso ein mineralischer Putz ist dann nicht so langlebig, wie jetzt zum Beispiel dann einen Silikonharzputz oder ein mineralischer Putz dann nochmal mit einem Egalisationsanstrich. Das wäre sehr gut, also ein Silikonharzputz oder ein mineralischer Putz mit einem Egalisationsanstrich nochmal oben drauf. Das wäre zu empfehlen, wenn man eben ohne Dachüberstand bauen möchte. Und auch hier ist wieder so eine Wenn-Dann-Konstellation. Wie beim Dach auch, also wenn ihr Fürst hoch offen wollt, dann mehr Wert auf die Dachdämmung legen. Wenn ihr ohne Dachüberstand bauen wollt, dann mehr Wert auf den Putz legen. Dass ihr da nicht nach fünf Jahren schon wieder was am Putz machen müsst, weil einfach der Schutz dafür nicht da ist. Das heißt, hier wirklich dann mehr auf diese Qualitätsmerkmale schauen und so ist es dann halt wieder für jedes Haus unterschiedlich, was wirklich wichtig ist und auch wieder welche Anbieter wichtig sind. Weil es gibt Anbieter, die machen den Putz wirklich super hochwertig. Da ist der Putz dann zwischen 13 und 15 Millimeter dick und bei anderen ist der vielleicht nur acht oder neun Millimeter insgesamt dick. Da habt ihr ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Auch wenn man zum Beispiel da mal mit dem Fußball gegen das Haus schießt oder sowas, wenn die Kinder im Garten spielen, dann habt ihr halt bei so einem dünneren Putz immer sehr viel mehr Probleme, als wenn der Putz ein bisschen dicker und robuster gemacht ist. Also Putz ist allgemein ein sehr, sehr wichtiges Thema, das auch, finde ich, absolut unterschätzt ist. Aber hier müsst ihr wirklich, vor allem, wenn ihr ohne Dachüberstand baut oder auch ohne vielleicht noch einen Balkon oder Terrassenüberdachung oder sowas, dann schaut wirklich, dass der Putz wirklich hochwertig ist, damit ihr da langfristig auch Spaß mit dem Haus habt und nicht nach ein paar Jahren schon wieder was machen müsst. Dann löst man sie so ein bisschen vom Haus ab und mit einer Hecke kann man sie selber Wie ist das mit den Leitungswegen? Also gibt es da Probleme? Genau, da erwähnt sie es direkt noch. Und oben dann wieder eine andere Ansicht. Genau, von vorne. Also oben die zwei Kinderzimmer. In der Mitte die großen Flügel. Auch hier wieder sehr schön die Symmetrie. Kann man vielleicht mal für seine eigene Planung und Inspiration noch mitnehmen. Also hier die symmetrischen Fenster und hier auch nochmal der Tipp, diese Kombination aus kleinem Fensterpart, der geöffnet werden kann und größerem Fensteranteil, der dann eine Festverglasung ist, das ist kostentechnisch deutlich smarter als das gesamte Fenster öffnenbar zu machen, also den gesamten Fensterflügel. Weil ihr einmal natürlich eine Festverglasung habt, die einfach, das ist einfach günstiger zu machen und ihr habt auch keinen Fensterflügel, der so weit, wenn dieses Fenster hier dann zwei Meter breit ist, dann habt ihr einen zwei Meter Fensterflügel, der in den Raum steht. Und das ist auch immer, weil ihr dann einfach eine gewisse Zugkraft von dem Fenster habt, die immer auf die Scharniere wirken, habt ihr dann immer so ein bisschen das Problem, dass der Verschleiß einfach höher ist, weil diese Scharniere dann eine extreme Kraft tragen müssen. Und so ist es viel, viel smarter gelöst, ihr könnt zwar nur den kleinen Part vom Fenster aufmachen, für die Belüftung reicht es aber vollkommen aus und für das Licht ist es sowieso schöner, wenn das insgesamt die Festverglasung ist. Also das ist wirklich auch nochmal ein ganz, ganz toller Tipp, einmal hier mit der Symmetrie und zum anderen eben, dass man nur einen kleinen Part vom Fenster öffnenbar macht und den restlichen Part dann als Festverglasung. Das ist wirklich kostenoptimiert gemacht und deswegen bin ich auch großer Fan von der Planung. Das waren alle Tipps, die ich jetzt hier dazu hatte. Mal wieder so ein bunter Mix einfach mal an einem Beispiel erklärt, wo man das ganz gut machen kann. Wenn ihr persönlich mal über euer Bauvorhaben sprechen wollt, wir haben so ein kostenfreies 15 Minuten Erstgespräch, wo wir einfach mal gewisse Erfahrungswerte etc. durchgehen können, schreibt mir einfach an fertighausexperte.com-kontakt und wenn euch die Planung hier interessiert, dann schaut mal zu den Kollegen von a-better-place.de. Da findet ihr auch alle Grundrisse, die in den Grundrissshows vorgestellt werden. Und ja, wenn ihr da Interesse an der Planung habt, dann findet ihr da auch wirklich gute Architekten, die eine gute Lösung für euch planen können. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder.